Ich hab noch nie die linken Punkte. Ich hab noch nie die linken Punkte. Ja, geh nochmal rein. Geh, stirb. Komm alle Bodyblock, komm Bodyblock, komm. Ich soll sterben. Komm Bodyblock, komm komm komm. Komm, komm Killer, Bodyblock, komm komm hey Body. Wir werden so reportet. Nein Killer, jetzt hol sie doch, hol sie Killer. Hol sie jetzt los. Der soll doch kommen. Komm her Killer, komm her. Komm her. Jetzt hol sie doch, hol sie. Hol ihn dir, hol sie dir. Wir warten so lange, bis der Timer fast abgelaufen ist. Vielleicht stirbst sie dann noch. Ja, dann komm sie nicht durch. Komm schon Ghostie, komm. Komm. Da Ghostie, hol sie dir. Da. Ja, sehr schön. Ja, hol sie dir, los. Ja, ja, ja. Ja, wie fliegt. Ja. Wir fliegt raus hier Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Na, ha, ha, ha. Nie, ha. Nuss. Ja, ha, ha. Ja, komm raus bevor Blood Warden. Jo, jo, jo. Oh stimmt, Jason. Der Anti-Mate vergrant. Wir werden so reported. Oh mein Gott, wie assi. Alter, das hätte glaub ich auch noch keiner jemals gesehen, dass ein 3er Team den RAIN departiert. Wüsste nicht, dass man da zu dritt blocken kann. Musste ich auch nicht, ich wollte es einfach mal testen. Alter, wie toxisch ich wäre, wenn das mir passieren würde. WTF, Alter. Komm mit der Syringe. Just happened. WTF. Was denn im Movie? Oh Mann ey, das ist ja ganz schön gemein gewesen. Oh yes. BTS, I thought I was mit Summer, lol. That was scary as fuck. That was scary as fuck.